Ja, hallo, Hallöchen und ja, herzlich willkommen zu Adams Venture einer neuen Folge. Wir sind im Live-Let's Play auf Twitch und ja, wir haben gerade schon eine Aufnahme, huch, wir haben gerade schon eine Aufnahme gestartet und ja, es gab eine längere Pause jetzt bei Adams Venture, weil ich ja so ein bisschen mit Doom auch beschäftigt war. Wir nehmen heute auch weiter Doom auf. Vielleicht du, der gerade zusieht auf YouTube, bist auch gerade im Livestream, ich weiß es natürlich nicht. Und ja, so. Und ich muss auch den Stream neu starten und pipapo, ach, ich will mich da gar nicht groß drüber aufregen und jetzt hier diskutieren, sondern jetzt einfach das Spiel genießen und wir lösen wieder ein paar Rätsel. Ich hoffe, was ist das denn? Warum ist es hier zu dunkel? Was soll das sein? Und da, 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 da wackelt die Textur. So. Dann schauen wir, huch, hier plöppen noch einige Gegenstände auf. Okay, ist ja kein mordsmäßiger Titel, ne, ist ja kein Doom oder so, sondern ist ja ein, was steht da? Claire Vaux. Aha, Claire Vaux, der gute Claire Vaux. Oder die gute Claire Vaux. Ich glaube, wir müssen oben lang, ich gucke trotzdem nochmal hier, ob wir vielleicht ein Secret finden. Ihr kennt mich ja, ich muss ja immer, ähm, muss mich ja immer umschauen. Aber ich glaube, hier, höh, okay. Klettern kann er nicht wie Lara Croft. Und der gute, der gute, der gute, ähm, wie hieß er denn nochmal? Vorhin hatte ich den Namen noch auf der Zunge gehabt, der, huch, da ist auch wieder was aufgeploppt, äh, der gute, jub, ne, jub, wie hieß er denn nochmal? Jub, ne. Ah, Claire Vaux ist eine Kooperation. Ah, okay. Uh, wir können mit der, uh, wie geil. Warte mal, ich will mal gucken, kommen wir da oben. Ich konnte doch, ah, genau, den Nentehaken werfen. Der Lutz, ach genau, der Lutz war es gewesen. Richtig, der Lutz. Der Lutz. Kann ich hier den Kran bewegen? Geht das irgendwie? Okay, ich komme hier nicht lang. Alter, mit der Lohre fahren. Freue ich mich sehr. Aber ich komme hier gar nicht weiter, okay. Also müssen wir mit der Lohre fahren. Oh Gott, das wird so. Hä? Ist das auch ein Rätsel? Minenwagen, Gefahr. Minenwagenrennen sind nicht zu schwache Nerven. Setze deinen Nentehaken geschickt ein. Drücke R3. Ach, ducken R3. Achso, nicht drücken, ducken. Oh mein Gott, ich sollte mal lesen lernen. Verwende den Nentehaken mit Viereck. Ver, was? Verstecke dich mit Kreis? Oh Gott, das werde ich niemals schaffen. Kann ich mich denn? Ah, ja. Okay. Okay. Kreis kann ich nicht verstehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wofür soll ich den Nentehaken denn nutzen? Oh Gott, das wird niemals nicht gut gehen. Juhu, Achterbahn, Seil. Mit Flexi. Ähm, ähm. Äh. Na toll. Oh, ich hoffe, das geht gleich da hinten weiter. Oh, wie cool. Ich bin... Wie er da steht, ne? Sind wir jetzt hier in der Ender-Welt? Hier im Ender-Portal von Minecraft. Oh, guck mal da hinten, Alter, die Achterbahn. Oh Gott. Hast du die Rest von unseren Herzen genommen genommen? Ja. Ähm, äh, ich brachte meine Kappe mit dieser Torch. Was mehr können wir vielleicht brauchen? Wie geht es um die Kräte mit Essen? Ja. In der Backung des Plänen? Essen? Hm, ich dachte, das war deine Make-up-Kette. Insofern, das Pläne musste rausgehen. Da ist ein großer Sandstorm gekommen. Keine Worte. Der Pilot hat gesagt, dass er wieder so schnell wie möglich wird. Also, was müssen wir bis dann essen? Na, wir haben eine Kräte von Apfel. Was hat die gerade mit der Arme da gemacht? Wir brauchen auf jeden Fall ein Funkgerät. Wir müssen mit dem Professor sprechen. Oh Gott, hier sehe ich auch schon wieder Rätsel. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wo ist denn der Professor? Ich schaue mich erstmal um, bevor ich da irgendwas lö... Oh Gott, das wird ja gleich eine Fahrt. Ich hoffe, ich kann mir die Tasten behalten. Ich meine, das waren nur drei Tasten. Aber, ähm... Naja, ich und mein... Ey! Ähm... Ah, okay. Ähm... Okay, die Steine blockieren uns den Weg. Okay, müssen wir also irgendwas... Huch! Kann ich mit ihm nochmal reden? Hallo? 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 Hast du den Dynamit aus dem Supply-Tent und Basecamp? So. Okay, wir müssen Dynamit... Finde einen Weg durch die Felsen. Ich kann einfach da durchgehen. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir... Was ist das denn? Okay. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Wat? Was ist das denn? Ich find... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's gut bei dem Spiel, dass man auch sofort erklärt bekommt, was man machen muss. Finde ich super. Na, ich weiß ja nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Äh... Oh Gott. Wählen, drehen. Oh Gott. Ausgang. Aktivier den Hebel, um deine Lösung zu prüfen. Wo ist denn hier... Wo ist denn hier der Anfang? Ich probier mal. Warte mal. Das ist oben niemals nicht richtig. Probieren geht über Studieren, sagt man ja, ne? Also probier ich das jetzt einfach mal aus. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Und vor allem, wo muss ich denn hin? Das sieht richtig aus. Ah ja, mhm, ist klar. Also müssen die alle miteinander verbunden sein. Ah, das wird ja lustig. Da freu ich mich schon sehr drauf. Hä? Vor allem, wie soll ich die denn miteinander... Hä? Hä? Okay. Hä? Okay, das sieht... Ich glaub, ich glaub, ist richtig, ne? Yeah! Ah ja, und auf wunderbarer Art und Weise kriegen wir Dynamit. Weißt du, die ganze Zeit liegt das Dynamit da. Aber wir müssen dieses dämliche Rohrrätsel lösen. Äh? Er hat Rohr gesagt. Haha. Ja, da fehlt eindeutig Super Mario. Ja. So, willkommen zur Let's Play Live-Show. Und alle neuen Zuschauer auf Twitch und auf YouTube. Wie gesagt, willkommen. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, I don't see the connection. Ah, yes, yes, of course. Yes, of course. Yes, man. Yes, 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 yes. So. Ähm. Huch. Okay, wir haben Dynamit. Vielleicht kommen wir jetzt durch den Felsen. Was andere Rätsel können wir ja noch nicht lösen. Ja, natürlich. Jetzt sind wir freisprengen. Oh, gut. Oh, die Zündschnur liegt ja auf einmal komischerweise. So. Achtung. Mordsmäßige Effekte hier bei dem Spiel. Ich bin schwer begeistert. Ich bin schwer begeistert. Was ist das? Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Oh. Okay. Ich finde einen Weg nach unten. Ähm. Springe ich da jetzt einfach runter, oder? Inter... 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 Oh. 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 Interest. Interest. Ja, finde ich auch. Okay, das ist nachher wieder zu sexistisch. Deswegen mache ich das lieber mal hier auch. Oh, interesting. Oh, guck mal, der ist durchsichtig. Guck mal, der hat gar keinen Körper. Was? Solange keine mathematischen Rätsel sind. Ja, das stimmt. Ich spring einfach mal runter, ne? Hey. War das richtig? Also, sieht zumindest danach aus. Wir haben einen Ladebildschirm. Ein Ladekringel unten rechts. Juhu. So. Ähm. Naja. Ging ja bis jetzt noch. FSK 16, ja. So. Die Suche beginnt. Vor allen Dingen, wie hoch das gerade gewesen ist, oben, wollte ich nur mal kurz anmerken. Und er landet auf solchen Steinen und er überlebt das einfach mal. Und natürlich ist oben jetzt einfach alles zu. Natürlich. So. Erkunde das Gebiet. Do you hear me? Over. Over. Loud and clear. I just fell down a slope, but nothing is broken. Just my pride. Have you found the gardens? Should we follow? I don't think so. Unless there were swinging blades in the paradise. I'll have a look around and see where these tunnels lay. Be careful. Ja, ich bin vorsichtig. Äh. Da waren gerade schwingende, schwingende Äxte oder Sensen. Die werden bestimmt gleich noch aktiv werden. Ich lasse mich da sehr überraschen. Ui. Ist aber eine schicke Höhle. Oh, was ist das denn? So, was haben wir hier Schönes? Kann ich da auch einfach runterspringen? Ich probiere es einfach mal. Juhu. Pff. Ahem. Ah. Oh Mann. Ah. Jetzt muss ich schon wieder quatschen, ne? Schnuggi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Das ist kein Mensch mehr. Ja. Das ist ein super Mensch. Kann, kann... Kann mal jemand schauen, ob die Taler-Funktion in den Chat geht? Würde mich mal interessieren. Das gerade so. Also in den Brunnen sollten wir nicht springen. Das haben wir eindrucksvoll bewiesen. Ich wollte das nur mal testen. Okay, da können wir uns rüber schwingen. So, was haben wir hier? Wer ist er? Vati. Vati. Was machst du hier? Vati. So. Cash die auf. Okay, Taler-Funktion noch funktioniert. Wunderbar. So, hier können wir raufklettern. Ja, jetzt. Hallo. Jetzt mach doch mal. So. Unglaubliche Überlastung für meinen Rücken. Ja, definitiv. Für meinen auch. Ich geh mal rechts rum anstatt links. Vielleicht geht's da woanders hin in so einem Geheimraum. Ich weiß es gar nicht. So. Ja, das ist ja mordsmäßiger Geheimraum. Okay. Boah, was für ein krasser Geheimraum. Wuhu. Ist ja unglaublich. So, kann ich da dran springen? Ja. So. Hochziehen. Das ist so ein bisschen wie Lara Croft. Ne? Und so ein bisschen so wie, äh, guck mal hier. Wie Uncharted. Boah, das ist das neue Uncharted. Spiel ich gerade im Übrigen. So. Höh. Hallo. Guck mal, der kann sogar... Alter, wie krass. Das ist für ein Indie-Game. Okay, das brauchen wir jetzt, glaube ich, auch. So. Bloß nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Nein, nicht runterfallen. Was passiert jetzt, wenn ich X drücke? Ah, gar nichts. Okay, ich dachte. So. Ah, ja. Sieht vielversprechend aus hier. Was war das für ein Geräusch? Ich hab keine Ahnung. Sehr schön. So. Dann gucken wir mal. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da oben hin, ne? Tyrannimo! Gubi! So. Da oben lang. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht so schwer. Aber finde ich gut, dass jetzt... Am Anfang waren es ja echt viele Rätsel. Auf einmal so ziemlich schnell hintereinander. Und jetzt ist es mehr so auch ein bisschen erkunden und alles. Und laufen. Finde ich ganz geil. So. Was haben wir hier? Mal einen Schalter. Wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Den betätigen wir mal. Aha. Was passiert? Ein Wasserfall. Nein. Wie schön. Und was passiert jetzt? Oh, das ist Sand. Ich glaube, es soll Sand sein. Da kommen wir jetzt an den Brunnen wieder runter. Ich bin da vorhin runtergesprungen. Da war keine Plattform. Da bin ich in den Tod gesprungen. Was soll das? Wo muss ich denn? Muss ich jetzt wieder zurück, oder was? Wo muss ich denn? Muss ich jetzt hier runter? Ich gehe mal hier runter. Nee, oder? Nee, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Was ist das? Das glaube ich jetzt nicht. Was ist das denn für ein... Hä? Ach, Gott sei Dank hat er hier gespeichert. Ja, aber wo muss ich denn jetzt lang? Ah, hier. Wie gut, dass er sich automatisch bückt. Bücken. Immer schön bücken. So. Uh, wird's jetzt gleich gruselig? Wird's jetzt gleich gruselig? Schauen wir mal, ob's gruselig wird. So. Natürlich. Ah ja, es ist auf einmal durchsichtig. Ah, supi. So, was haben wir hier? Nichts. Mhm. Kann ich ins Feuer laufen? Ah, cool. Ich kann sogar die Fackel anmachen. Wie geil. So. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Nicht, dass ich noch GEMA-Probleme kriege. So. Oh, mein Gott. Nein, Daria. Ich glaub's ja nicht. Daria, schon wieder tausend gewonnen. Ist ja unfassbar. Ist ja un... Huch. Hä? Was ist das denn? Soll das die Plattform sein, wo wir runtergefahren sind? Die war viel weiter weg, das weiß ich genau. Und guck mal, da hinten. Oh, wie hübsch. Guck mal, das ist einfach eine Textur an der Wand. Was dann angeblich diese Fackel da demonstriert, wo wir gerade waren. Diese Schale, die Feuerschale. Boah, wie geil. Hochauflösende Texturen hier. So, erkunde das Gebiet. Das ist unsere Aufgabe. Wir schauen mal. Ähm. Naja. Ähm, Evelyn? Sind Sie da? Evelyn? Hallo? Adam? Kannst du mich hören? Was ist das denn? Es gibt viele Interferenz. Ich denke, die Interferenz ist hier, in der Runde. Etwas ist mir schmerzt. Ja, guck geradeaus. Siehst du doch, was die Interferenz sind? Das? Nein? Es ist eher ein dunkles, äh, etwas. Ich bin nicht sicher, was es zu nennen. Na, egal. Was es ist, versuchst du davon aus. Mhm. Ich bin gespannt. Jetzt wird es wahrscheinlich gruselig. Was? Jetzt kann Daria gewinnen. Nichts zu danken. Welch eine Vorahnung. Okay, ich schau mich mal um. So. Gucken wir mal. Ich würde gerne... Ich geh mal eben hier auf den Altar. Oder was auch immer das sein soll. Ich weiß es gar nicht. Ich nenn das jetzt mal Altar. 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 Altar, Altar. Können wir was tun? Hm. Was ist missing. Mhm. Finde die fehlenden Stücke. Er weiß sofort, dass da was fehlt. Ist auch sehr merkwürdig. Vielleicht war er im früheren Leben hilseher. Ich weiß es nicht. Dann sollte er mir bitte das nächste Mal die Lottozahlen sagen. Für nächste Woche. Weil dann, äh, schreibe ich mir die ab. Und dann, äh, fahre ich in die Karibik. Oder fliege. So. Und baue da mein Let's Play Zentrum auf. So. Ähm. Und dann immer schön vom Strand streamen. Boah, das wär geil. Im Hintergrund die Palmen. Hä? Wo soll ich denn jetzt weiter? Ach hier, warte mal. Hui. Schwingen. Schwing dein Ding. Yeah. Er hat Ding gesagt. Warte mal, bevor ich jetzt da, ich geh erstmal hier hin. Hui. Wie er durch den Raum schwingt, ne? Ich mein, ich schwinge morgens auch immer durch den Raum. Aber nicht so. Uah, uah, alter, uah. Was machst du denn da? Hui. Die nächste Runde geht rückwärts. Die nächste Runde geht rückwärts. War am Tern jetzt schon mal vorne die Fahrschips bei der Handelöre lösen. Yeah. Du. Äh, oh Gott. Okay, das war nichts. Alter, was war das denn? Ich liebe das Spiel. Das ist so geil. So. Was? Euro-Check-Pot. Was? 8 Millionen. Muss ich, muss ich machen. Ich kann mich gar nicht mehr in den Sinn, weil ich letztes Mal Lotto gespielt hab. Das ist schon voll lange her. So, jetzt schwinge ich mich erstmal da hin. Wenn das geht. Hüah. Uah, uah. So, dann gucken wir mal. Der Höhlenerforscher Flex ist wieder am Start. Ähm. Wo ist das denn? Oh, ein Hebel. Da ist auch ein Hebel. Komm ich da irgendwie rüber? Er kann ja so... Er kann grandios springen. Hüah. 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 So. Ähm. Ich glaube, wir müssen... Warte mal. Was war da? Er ist verschlossen. Ja, ist mir klar. Ich versuche mal, da rüber zu springen. Hüah. Nein, das geht nicht. Ah, natürlich. So einen guten Wurf hätte ich auch gerne... Oder hätte ich auch gut gebrauchen können. Früher in der Schule. Aha. Ist wahrscheinlich immer noch nicht offen. Wir müssen wahrscheinlich... Ach, da ist auch noch ein Schalter. Guck mal an. Gut, dass ich mich umgesehen habe. Ah. Da ist wahrscheinlich ein fehlendes Stück. Was auch immer das sein soll. Ich bin... Ich lass mich da echt überraschen. Man kann schon mal nicht runterfallen. Das ist schon mal gut. gefunden. Gefunden. Eins von zwei... Kringel... Dingsbums. Bumsdings. Keine Ahnung. Man kriegt ja auch hier keine Information, was es ist. Es ist einfach nur ein... Betonkreis. Vermute ich jetzt mal. Nein, nicht dahin schwingen. Hör auf damit. Lass das. Lass das. Lass das. Lass das. Hör auf, durch die Gegend zu schwingen. Mein Gott, was sollen die Zuschauer von dir denken? Nicht im Kreis schwingen. Oh, ist das eine dämliche Mechanik. Oh, trotzdem macht das Spiel irgendwie Spaß. Ich weiß nicht warum. Hui. Hui. La, Croft hätte voll ihre Freude daran, wenn sie den sehen würde. Ähm, nein, hör doch auf. Lass das. Sag mal. Schwingt er sich auch aus? Ah, ja. Mhm. Okay. Ich warte mal eben, bis der fertig ist mit schwingen. Bist du jetzt fertig? Hallo? Ich rede mit dir. Nein, nein. Du sollst dahin. Genau dahin schwingen. Ja, sehr schön. Jetzt zurück. Wie früher eine Schaukel. Auf dem Spielplatz. Kennst du doch noch, oder? So. Und jetzt vor. Und jetzt lässt du los. Juhu. Sehr schön. So. Wer hat das früher nicht gemacht? Auf der Schaukel. Früher auf dem Spielplatz. So weit hoch geschwungen, wie es nur ging. Und dann irgendwann einfach abgesprungen. Hat jeder gemacht. Aha. Da oben sich schon zwei Interhaken. Mhm. Da können wir hochklettern auch. Da unten. Wir müssen bestimmt irgendwie nach oben. Wahrscheinlich sind die Schalter oben. Da ist ein Schalter. Und da oben wahrscheinlich. Wie komme ich da rauf? Hm. Okay. Ach, da. Okay. Hallo. So. Ich glaube, wir müssen hier lang. Und dann so rüber schwingen. Mit unserem Schwingmeister. Äh, Adam. Hallo. Höh. Kletter. Wollte schon sagen. Wieso klettert er denn nicht hoch? Hauptsache, er hat die ganze Zeit die Fackel in der Hand, ne? Wui. Wui. Uah. Höh. Da ist los. Uah. So. Erstmal in den ersten Schalter. Höh. Ja gut. Die Rätsel gehen da noch. Die sind noch relativ einfach. Die kann man gut lösen. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Aber ist schon nett gemacht. Ne? Für so ein Indie-Studio ist das schon... Ist das schon cool. Ne? Gut, ob der Preis jetzt gerechtfertigt ist. Äh, 49 war schon... War schon happig. Aber gut, es war ja bei mir... War es ja jetzt ein Geburtsgeschenk. Aber ich hätte es mir sowieso irgendwann geholt. Was mich halt interessiert hat. So. Höh. Da ist der andere Schalter. Wunderbar. Sehr schön. Flexi. Äh, Adam. The new monkey. Ja, ich glaube auch. Wui. So. Ich glaube, jetzt haben wir zwei von... Zwei... Betontaler. Er sagt, danach habe ich gesucht. Ich weiß nicht, was es ist. Das sehen aus wie so... Brossetabletten oben rechts im Bildschirm. Das sieht sehr merkwürdig aus. Weißt du, so Brossetabletten, die die im Glas schmeißen und sich dann irgendwann auflösen. So, wo muss ich denn? Achso, ich muss wieder nach unten, ne? Genau, kann ich ja runterspringen. Wenn er jetzt gestorben wäre, hätte ich gelacht. So. Okay. Es sind komischerweise jetzt drei Brossetabletten, aber wir haben ja nur zwei gefunden. Wett. Wett. Aber die Liebe ist die... Was ist die größte unter ihnen? Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Glaube, Hoffnung und Liebe. Hä? Nun, aber bleiben. Das könnte passen. Nein, das war falsch. Aber es ist auch falsch. Oder? Schön. Ähm. Ich bin gerade... Hä? Ist es nicht richtig? Nun aber... Vielleicht nun aber bleiben. Glaube, Hoffnung und dann... Aber die Liebe vielleicht so prüfen. Warte, ich prüfe es mal. Ah, okay. Nun aber bleiben. Das sind Dextro-Energy-Tabletten. Ja, die brauche ich nach dem Spiel auch. Und vor allem eine Valium erstmal. So. Erstmal wieder schwingen dein Ding. Das Spiel speichert. So. Juppie. Adam Schwinger. Adam Schwinger. So. Wir wissen, was der in seiner Freizeit macht. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Eine... mysteriöse... Latte. Mh-mh-mh-mh.